Einen wunderschönen Newton Tag und willkommen zum American Truck Simulator. Heute Montana DLC. Ich bin bereits schon in Montana. Wir fahren derzeit die Aufträge bzw. es gibt ein Event. Moin Togo. Es gibt derzeit ein Cruising Montana Event, was ich jetzt derzeit mache und da ich jetzt nicht allzu viel Zeit habe, sondern nur circa bis 5 Uhr, werden wir heute bis 17 Uhr American Truck Simulator machen und danach geht es weiter mit Mass Effect 2, so 20 Uhr, 20.30 Uhr und weil die Frau hat heute bis 20 Uhr Besprechung und es gibt auch noch zwei andere Änderungen, was ich durchgeführt habe. Erstens ist, ich habe unseren LKW jetzt komplett aufgemotzt. Er hat neuen Motor drin, neues Getriebe drin, ein komplett neues Aussehen bekommen. Es wird auch der Euro Truck LKW dunächst ein komplett neues Aussehen bekommen. Es soll etwas anderes sein, es soll sich so ein bisschen unterscheiden und ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen, was ich glaube ich nicht machen wollte, um unsere Firma einmal auszubauen. Das heißt, ich habe jetzt zwei neue Angestellte. Den werden wir demnächst, wenn wir das wieder öfters streamen werden, einen Namen verpassen. So, das ist unser neuer LKW. Ja, hier steht dann Stray of the Hell. Ja, also quasi der Höllenfahrer, was natürlich auch passt. Okay, wir haben los. Wir haben dementsprechend noch einen Totenkopf reingemacht. Wir haben eine Sonnenbrille drin. Wir haben unseren Goodyear Kaffeebehälter ist das. Also das ist quasi unser Latte Macchiato drin. Ein bisschen Wasser für zwischendurch. Unsere Reisetasche habe ich jetzt mit reingemacht. Wir haben einen Totenkopf mit drin. Wir haben hier noch so einen schönen roten Knopf. Ich wollte eigentlich einen Totenschädel haben, gibt aber leider keinen. Dementsprechend haben wir hier noch, man sieht es jetzt glaube ich nicht ganz so gut, noch hier diese Windabweiser mit reingemacht. Und wir haben Nebelschlussleuchten, die ich nicht benutzen kann, was total dumm ist einfach. Aber hey, wir haben sie drin. Wir fahren jetzt erstmal. Ich habe schon zwei Events gemacht und ich muss sagen, es sieht sehr schön aus bisher mit dem DLC. Und ich muss jetzt erstmal hier runter. Aber ich würde mich schon wieder in die falsche Richtung schicken, glaube ich. Sehr schön, das DLC. Ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren. Ich hatte es gestern geholt. Bin dann direkt schon mal nach Moderna runtergefahren in die Richtung. Hatte das Problem aber, dass er mir das DLC nicht, ich komme gleich zu euch, keine Sorge, das DLC nicht anerkannt hatte. Nachdem ich dann Steam dreimal neu gestartet habe, hat er dann registriert, oh du hast ja ein neues DLC drin. Und dann ging das nämlich erst. Ja, deswegen, ich wollte eigentlich gestern noch aufnehmen, aber zeitlich nicht mehr gepasst und ich musste erstmal da runterfahren. Und das war mir dann doch ein bisschen geknöpft von der Zeit her. Und deswegen habe ich es dann gestern nicht mehr gemacht und deswegen habe ich mir gerade gedacht, hm, könnte es ja eigentlich mal ATS-Stream anmachen. Oder eigentlich hätte ich gedacht, könnte es ja aufnehmen. Aber ich habe gedacht, nee, komm, weißt du was, machst du einen Stream an. Wo ist der mein Anhänger? Da ist mein Anhänger. Und nimmst du das Ganze dann mal auf. Ich werde mal gucken, ob ich das Ganze als eine Folge machen werde. Bei dem, was wir jetzt machen. Also ich werde auch versuchen, das komplette Event mitzunehmen. Ich weiß aber nicht, ob wir das komplette Event streamen werden oder ob wir das nur heute machen, dass wir einmal einen Einblick da reinbekommen zu dem Spiel selber. Ich muss ja gleich nochmal kurz nach meiner Einstellung gucken in OBS. So, Sekunde. So, Hi Togo, wie geht's dir? Die habe ich schon runtergestellt. Ich weiß nicht, was das Internet momentan hat. Es ist kurz momentan. Wie geht's dir so, Togo? Ja, die Marino hat... Ne, ähm, 17 Uhr geht's bei ihr los. Okay, würde ich sagen. Hast du Allergieprobleme? Ähm, mir geht's so einigermaßen. Also ich habe, ähm... Gestern auf dem Weg zur Arbeit ziemlich starke Kopfschmerzen gehabt. Ich habe mir eine Schmerztablette reingeworfen. Direkt um 10. Ähm, mir fällt gerade ein, ich muss gleich noch welche bestellen, weil ich habe keine mehr. Ähm, hatte mir eine Schmerztablette eingeworfen und um halb zwei war es so schlimm, dass ich solche starken Kopfschmerzen hatte, dass ich gesagt habe, ich fahre nach Hause. Das ging halt nicht. Und auch wenn ich nach Hause, ja, hatte ich dann noch mehr Kopfschmerzen, wurde mir zwischendurch schwindelig. Dann bin ich recht dran gefahren, ein bisschen frische Luft geschnappt und es hat natürlich gepisst in der Zeit. Und dann ging es so einigermaßen wieder. Ähm, als ich zu Hause war, ging es einigermaßen. Jetzt habe ich Schulterprobleme, weil ich den irgendwie verlegen habe mit dem Rücken und ich kriege schon wieder Kopfschmerzen. Also irgendwie bin ich momentan sehr wetteranfällig oder ich werde einfach momentan wieder krank, das ist natürlich scheiße ist. Das ist so der Stand momentan, wie es mir so geht. Und Allergieprobleme hatte ich nämlich die Tage auch schon ziemlich schlimm. Gestern auch, Nase-Zu, Kopfschmerzen, Trotz-Allergie-Tablette, also volle Programm einfach. Das ist nicht gerade schön gewesen, ne? Aber ansonsten geht es mir soweit ganz gut. Und dann würde ich sagen, es ist soweit eigentlich ganz okay. Ähm, ich weiß nur noch nicht, ob ich nächste Woche Freitag jetzt frei habe oder nicht. Ich habe die Bestätigung noch nicht bekommen. Ähm, ich würde aber sagen, wir haben uns treffen, dass wir uns das auf den Samstag machen. Damit ich Freitag alles machen kann, einkaufen und sowas. Dass wir dann Samstag genug Zeit haben, das Ganze fertig zu machen. Würde ich jetzt so sagen. Ich hoffe, dass das auch nächste Woche nicht allzu warm ist. Ähm, dass man dann alles nur fertig machen kann. Ja, und das war übrigens gerade die Kreditrate. Wie gesagt, wir haben ja eine geholt, 400.000. Ich habe neue Mitarbeiter eingestellt. Deswegen, ähm, das kann man ruhig mal machen. Es gibt auch einen neuen LKW. Äh, der Mac ist ein neuer mit reingekommen. Den kann ich leider nicht zeigen, weil ich das Level nicht habe. Und ihr habt natürlich ein Level abverpasst. Also wir sind einmal, ich glaube, Level 12 oder 13 jetzt. Ich muss mal kurz gucken. 13 sind wir gerade. Und, ähm... Ja, das habt ihr natürlich verpasst. Ich wollte eigentlich aufnehmen, alles. Aber, naja. So, noch mal kurz hier umstellen. Und, das wollte ich, das wollte ich haben. Swimmst du denn nachher oder fällt bei dir aus? Heute wird gestreamt. Ah, okay. Sehr schön. Immerhin etwas. Was warst du? Resonant Evil wieder, ne? Denke ich, ne? Easy. Wir haben gestern V104 gemacht. Aber was ja dabei, ne? Stimmt ja. Hast du alles mitbekommen gestern? Was wir gemacht haben? Also, wie wir gestorben sind. Drei Stunden willst du machen? Ich glaube, wir sind gestern drei oder vier Mal gestorben in V104. Ich habe die Videos auch noch nicht zusammengeschnitten. Müsste ich eigentlich auch machen. Die Beste auch von Highlights von, ähm... Generation Zero müsste ich auch noch schneiden. Aber da bin ich auch noch nicht zu gekommen. Müsste ich eigentlich auch noch was hast du? Ich hätte da eventuell die Tage noch was, was du mir eventuell fertig machen könntest. Ich warte allerdings auch noch auf eine Bestätigung von etwas. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, was es ist. Das sage ich dir dann, wenn ich die Bestätigung habe. Und unser Internet ist gerade richtig kacke, ne? Er schmeißt einfach Frames, obwohl er eigentlich keine schmeißen sollte. Also in letzter Zeit ist das... Also die Woche Stream ist reinste Katastrophe. Ich hatte am Montag 20% Drop Frames, wo ich mir denke, alter, warum? Davor die Woche konnte ich mit 3.500 streamen. Da ging gar... Da ging alles. Das war wunderbar. Die Woche so, bam, kein Bock. Aber wenn wir Glück haben, haben wir demnächst unsere Glasfaserneizung. Also die Telekom soll jetzt demnächst kommen. Ähm, die Anschlüsse dann soweit fertig machen. Sven bohrt dann nachher die Löcher. Und, ähm, dann ist das alles schon soweit fertig. Aber ich weiß noch nicht, wann die kommen. Und, ähm, unsere Einfahrt wird nix gemacht. Ja, ich hoffe, dass das so schnell wie möglich geht. Na, und unsere Einfahrt soll auch nix gemacht werden. Das soll wohl volle Stadt gemacht werden. Ja, anscheinend sind die immer noch bei 2017. Oder die denken sich, ja, kommst du an, 2027. Das sind noch vier Jahre. Warte mal, wir haben jetzt 23? Oder haben wir... Ne, wir haben 22, ne? Kam jetzt durcheinander. Da sind's ja noch fünf Jahre. Lostmorde. Ja, heute sowas von. Ich war einkaufen vorhin. Da reinste Katastrophe, Alter. Die Leute kaufen wie die Bekloppten, als es morgen nix mehr geben würde. Boah, die ist heute lost. Lost in Space. Ja, ich hatte schon, ähm, ich sag mal, eine Dose Red Bull. Und, äh, ja, schreibst du einfach rein. Ich weiß nicht, was du da reinschreiben willst. Äh, eine Dose Red Bull heute. Und, äh, hab noch nicht gefrühstückt. Weil ich keinen Hunger hab. Ich hab gestern so viel Wasser getrunken. Das war's, die Vorderbank. Lost Morty? Oder verlorener Morty? Ja. Ähm, Ich fühl mich auch so ein bisschen müde einfach. Könnte mal vor der Nachtschicht sein. Ja, so, wenn hier ist das ein Blitzer? Nein, wollte ich dann sagen, im Merktax im Latt auch da kann ein Blitzer stehen. Da ganz was Neues. Äh, was wollte ich denn sonst noch so? Völlig gerade. Ähm, ich hatte so viele Themen vor ein paar Wochen, ne? Ist schlimm. Ja, ich überlege gerade. Ähm, ach ja, genau. Der YouTube-Kanal, weil die Folge wahrscheinlich früher kommen wird. Äh, dann wird es ja nichts so sein, dass wir, äh, alle Videos im Mitternacht veröffentlichen. Also, hochgeladen ist jetzt bis Mitte September aktuell zum aktuellen Stand. Das kann natürlich, wenn das Video jetzt kommt, ist es natürlich wieder nicht mehr aktuell. Aber bis dahin ist es schon soweit. Ähm, hochgeladen, die, die meisten Projekte. Ähm, was haben wir sonst noch so? Es werden auch der Nix neue Projekte kommen. Also, ich habe jetzt auch noch ein paar neue Projekte, äh, in Planung. Die werden der Nix kommen, voraussichtlich. Was haben wir jetzt August, im September erst. Ähm, was jetzt für mich relativ früh ist eigentlich. Ähm, ich denke, dass wir mit Skyrim bald durch sein werden. So viel ist da jetzt noch? Ist da jetzt nicht mehr. Wir fahren übrigens eine etwas längere Strecke. Also, wir müssten für das Event übrigens 100 Meilen Minimum fahren. Wir fahren jetzt, glaube ich, 200 oder 300 Meilen aktuell. Äh, für die Tour gerade. Deswegen, die 12 Stück würde ich ganz gerne mitnehmen. Ähm, es gibt übrigens auch den Regensensor. Der ist da mit dem Einpatch reingekommen. Den habe ich aktiv. Also, der, ähm, Dingens sollte hier an sein. Hier mein, das war der falsche. So, wenn ich den einmal anmache, den Scheinbischer, sollte es, wenn es regnet, dann werden wir automatisch funktionieren. Die Sperren sind mittlerweile auch raus. Die habe ich rausgenommen. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass ich da, äh, nicht reinfahre, wo diese Sperren nicht mehr sind. Na, also, das ist dann schon ziemlich doof. Ich weiß nämlich nicht, was passiert. Ich möchte es auch nicht ausprobieren, weil World of Trucks Aufträge, wenn du das falsch machst, dann zählen die als gescheitert. Das heißt, du bekommst die Bewertung nicht dafür. Ähm, was habe ich denn sonst noch so? Ich bin halt überlegen. Das ist schlimm. Ich hatte, vor Wochen hatte ich so viele Themen noch, wo ich darüber sprechen wollte. Ja, da haben wir keinen Leck gerade drin. Äh, wäre übrigens die Verkehrsdichte auf vier oder drei, glaube ich, stehen. Ich müsste das mal runterstellen, weil ich glaube, das ist zu viel. Ähm, weil ich nämlich gerade sehe, dass er nämlich gerade zwischen 60 und 80 FPS springt. Ich müsste gleich mal die Verkehrsdichte wieder runterstellen, glaube ich. Mach ich gleich nach der Tour und dann stelle ich das wieder runter. Ja, ansonsten, äh, ja, V104 haben jetzt neu angefangen. Läuft wesentlich besser, ähm, als im Survival-Modus bisher, weil ich jetzt gemerkt habe, ich habe total viele Sachen, falsch gemacht. Und mit der Random-Skillung, die ich jetzt da genommen habe, bin ich jetzt schon wesentlich besser gelaufen als im Survival-Modus. Und ich muss aber auch sagen, viele Sachen, die ich im Survival-Modus besser hinbekommen habe, sind auch sehr schwer jetzt nicht besser gelaufen. Ja, ich muss gleich die Verkehrsdichte wieder runterstellen, das ist, glaube ich, etwas zu hoch. Ich mach das mal eben, Sekunde. Kann ich ja mal eben da stehen lassen, das kann ich auch während des Spielens machen. Äh, wo ist es denn da, Das kann man nämlich schnell ändern, das ist nämlich halt das Schöne. So, ich stelle die mal runter auf 2. Ich glaube, das ist nämlich sonst so viel Verkehr, was der da berechnen muss. Mit dem Stream, Aufnahme und das Spiel noch auf Ultra ist dann noch ein bisschen viel, glaube ich. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Achso, ja genau, V104. Wirklich, ich bin halt üle. Auf jeden Fall, ähm, sind wir da eigentlich relativ gut vorangekommen und ich muss auch sagen, auch sehr schwer, habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass die so extrem viel Schaden machen. Also manche Gegner ja, ähm, aber manche wiederum nicht. Und wir sind ja schon relativ weit gekommen. ich wollte eigentlich, das ist übrigens auch sehr schön, das Bild hier gerade. Ich wollte eigentlich, wollte ich, ähm, Osscreen jetzt das bauen und die Frau sagt, ne, ist nicht. Ähm, das machst du schön im Stream. Und ich dann wäre, okay, ne, was machen wir halt im Stream. Weil die sagte, wenn hast du dir einen, das eine ist jetzt im Stream gebaut, dann kannst du das andere auch im Stream machen. Wann kann man dann halt mit den Leuten ein bisschen quatschen. Na, das ist, äh, das kann man dann zum Beispiel auch machen. Also ein paar Projekte sind jetzt auch schon fertig. Also World of Warcraft ist schon fertig, das mit Level 60, also Loot-Level-Quest ist quasi durch. Ähm, dann müsste ich mal gucken. Also ich war jetzt schon überlegen, ob wir dann Bottlecar, ähm, wann wir das anfangen oder ob ich vorher halt anfangen mit dem Classic Save Game und dann Burning Crusade und so. Ähm, aber ich glaube, das ist zu viel Aufwand einfach. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir dann sonst noch machen. Ja, genau, fahr noch eben durch. Was wir sonst noch so ein Projekt machen, also wir haben jetzt noch relativ viele. Ein paar laufen jetzt auch aus. Also Kim ist auf Amolu ist jetzt ausgelaufen. Ähm, Expedition Rom ist jetzt ausgelaufen. Da kommen jetzt mal und dann keine Folgen mehr. Dann haben wir noch, ähm, lass mich überlegen. Was haben wir denn sonst noch? BTS zum Beispiel, ähm, kommen jetzt den nächsten und paar Folgen, dann ist Ende. Also mit dem Folgen, die ich vorher aufgenommen habe. Er merkt einen Tag-Simulator nämlich gerade auf. Ähm, Skyrim haben wir soweit aufgenommen. Und dann haben wir noch, ähm, ich überlege gerade, was haben wir jetzt noch sonst noch? Skyrim. Fallout 4 kommt ja nix noch. Messeffekt läuft gerade an. Mad Games da cool ist soweit durch. Da werden wir bei Zeiten auch mal den zweiten Teil anspielen. Das passt. Hi, Petra! Ähm, wir sind nur bis fünf heute da. Wir sind um acht Uhr nachher wieder da, weil die Frau nachher Besprechung hat. Da machen wir auch Messeffekt. Ja? Damit du schon mal Bescheid weißt. Weil du freust dich ja schon drauf. Ja, was hat denn sonst noch so ein Projekt? Ich habe die Liste gerade nicht im Kopf. Weil ich habe ja noch keine, keine Liste mehr stehen an aktuellen Projekten. Oder Stream-Zeiten fallen ja auch jetzt komplett raus. Weil wir das jetzt ein bisschen spontaner halten müssen. Einfach aus dem Grunde, da wir das immer mal wieder haben, dass sich das bei der Frau ändert von der Besprechung her, von dem Unterricht. Ähm, ach so, wir können die umfahren perfekt. Und das ist halt natürlich auch ein Problem für mich, weil wenn ich sage, wir fangen die Woche immer um 17 Uhr an oder heute zum Beispiel um 18 Uhr. Und sie sagt dann, nein, ich habe um 17 Uhr eine Besprechung, die bis 20 Uhr geht. Kann ich nicht um 18 Uhr einen Stream anmachen? Also ich könnte schon und könnte auch reden. Nur, die Leute wären dann so fixiert auf meinem Stream, dass die wahrscheinlich eher den Stream gucken würden, als den Unterricht jetzt zu machen. Deswegen, ähm, das würde ich dann natürlich nicht machen. Weil die Leute natürlich auch nicht davon abhalten, ihre Sachen zu machen. Deswegen machen wir es nicht. Also wir werden jetzt bis 17 Uhr circa, werden wir das dann machen. Da könnte ich auch in der Zeit nochmal ein paar Videos schneiden. Ähm, das nennt man Schleichwerbung. Ja, es gibt demnächst noch eine andere Werbung, eventuell, wenn ich die, wenn ich die Bestätigung bekomme, beziehungsweise, wenn sie sagen, ja, ist okay, machen wir demnächst auch noch andere Werbung, äh, worüber wir mal im Podcast drüber gesprochen haben. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel davon, davor wegnehmen, das, es steht noch nicht hundertprozentig fest, wie das da aussieht aktuell. Ja, das, da warte ich noch auf die Bestätigung und das dauert noch ein bisschen, bis die, äh, kommt, weil die müssen das manuell überprüfen und das wird wahrscheinlich heute nichts mehr. Deswegen, es läuft jetzt erstmal nicht weg, es wird auch im Discord dann nichts noch eine Bestätigung geben. Darüber haben wir im Podcast drüber gesprochen, ja. War, glaube ich, der zweite Podcast. Müge als Pferdefutter. Ja, das ist auch so ein Ding, worauf wir uns versteift haben, ne? Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, wurde von ein bis zwei Leuten gehört und hat nicht die 3-Stunden-Marke geknackt. Also keiner der Personen oder eine der Personen hat sich den komplett angehört, die andere Person wahrscheinlich nicht oder nur eben kurz aufgerufen und noch nicht komplett durchgehört. Also wir müssen in Zukunft gucken, dass wir uns mit dem Podcast kürzer halten. Drei Stunden sind, glaube ich, zu lang. Da müssen wir gucken, dass wir da wirklich so ein bisschen kürzer das Ganze machen. Wir haben aber noch ein paar Themen, also so ist es nicht. Sag mal, Petra ist bei Seven Days to Die da immer mal von ein paar Tagen neuer Patch erschienen oder neues Update. Weißt du das zufällig? Weil du spielst das Spiel, ja. Deswegen habe ich glaube, ich frage dich mal, weil ich habe nämlich jetzt gesehen, dass ein gewisser YouTuber, dessen Name ich jetzt hier nicht nennen möchte, den aber jeder kennt, eine neue Season gestartet hat und ich habe mir gedacht, ich frage dich dann mal, ob es da ein neues Kapitel gekommen ist, also ein neues Update rausgekommen ist. Warte, Tobi, ich gucke sofort, ich muss noch kurz gucken wegen der Kurve. So, ich denke, wir sollen maximal eine Stunde über Pferde als Futter sprechen. Ja, mindestens eine Stunde, denke ich, mindestens eine Stunde. Ah, okay. Ja, weil er jetzt ein neues Season gestartet hat und ich denke mal, ich frage dich da als Seven Days to Die Expertin und vielleicht ist da irgendwie ein neues Update gekommen. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, weil ich noch nicht Zeit dafür hatte. Ich hatte aber jetzt ein paar Sachen gesehen, wo ich jetzt mal so ein bisschen Shorts geguckt habe, dass es da etwas eine interessante Serie geben soll, die nennt sich Gangs of New York. Das Problem ist halt Netflix, ne? Und ich habe kein Netflix und ich will ihm auch kein Netflix zulegen. Sieht aber sehr interessant aus, die Serie. Aber ich habe keine Lust mehr, jetzt deswegen Netflix zu holen, weil ich habe keine Zeit, mir die Videos, also die Serien zu gucken. Dann werde ich ja nachher so wie die Leute auf der Arbeit, die laufen den ganzen Tag mit ihrem Handy rum, haben die Kopfhörer im Ohr und schauen Netflix während der Arbeit. Die schauen ihre Serien weiter auf der Arbeit. Ja, das musst du dir mal überlegen. So ein Luxus hätte ich auch gerne. Ich meine, ich bin auf derselben Arbeit. Nahgelegene Wegestation, wo ist die denn bitte? Wo ist die Wegestation denn hier? Junge, fahr doch nicht einfach raus hier. Da soll ich rein, Alter. Können wir hier aber eigentlich auch gleich schlafen. Weißt du, was viel schöner wäre mit dieser Wegestation, wenn die Cops wirklich dich rausholen mit dem Elke, mit der Polizeiwagen oder dich reinwinken? Das war wirklich, dass ich jetzt mal wirklich hingelotst wirst von denen. Na komm, ich schlafe noch mal eben, weil ich will jetzt nicht schlafen. Während Nacht ist, weil dann ist das alles sofort erdunkelt. Das ist mir dann auch zu doof. Aber wenn es dunkel ist, ist es ja noch mehr verpixelt. Deswegen, das will ich jetzt nicht unbedingt. So, dann habe ich raus, das ist nicht mein Beuteschema. Okay. Wo waren wir jetzt gerade? Achso, genau, wegen Videos gucken. Also ich höre momentan einen Krimi-Podcast und ich muss sagen, das macht echt süchtig. Das ist echt schon krank. Und viele der Sachen kannte ich bereits schon, weil ich damals, wo ich meine Freundin kennengelernt habe, wir uns auch darüber uns die Sachen angeguckt hatten damals auf YouTube. Und wenn man das so hört bei manchen Sachen, wie krank muss man im Kopf sein, damit man so etwas tut. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man dann sagt, ja, da ist der zu gierig geworden, zu unachtsam. Vielleicht wollten die auch, dass sie gefasst werden. Das ist schon krank einfach. Also, wie krass einfach das ist, dass jemand sagt, ja, ich mache das jetzt mal. Ja, das ist schon echt hammer. Ich stelle gerade 25, nicht 30. Wieso sagt das Navi denn 30? Ja, fahren wir 30. Weil die anderen, ganz anderen Podcasts, die ich so höre, die sind schon alle durch. Und, ich habe da noch einen Lore Talk von Onkel Barlow und dem guten Craft. Und, den habe ich auch mal durchgehört. Und ich höre das halt nur auf Arbeit, damit ich halt was zu hören habe auf Arbeit. Das ist glaube ich sogar True Crime, ne? Du ein schräges Hobby. Also, ich habe jetzt mit einem gesprochen und der sagte, ähm, das heißt nur so viel Musik. Ich sagst, so Nightwish und, und, ähm, Mono Inc, Rammstein und Co. Ich sagst, so ein bisschen was Richtung Gothic, Rock, Hardrock, Metal, Hardstyle. Ähm, ich kann die Genre jetzt gar nicht alle genau aufzählen, weil es sind einfach so viele. Und er sagte dann so zu mir, hast du eigentlich auch so ein Schwer zu Hause? Ich sagst, ja, ich trage auch vorzugs schwarze Klamotten. Ähm, ich habe auch Totenköpfe zu Hause. Maybe, vielleicht, ich weiß noch nicht. Aber er sagte zu mir, du bist schon so ein kleiner Gothicer, ne? Ich sagst, maybe, vielleicht. Und, ähm, wir sind halt auch irgendwie auf dieses Thema gekommen, auch in die Richtung, weil ich mit dem gearbeitet habe. Die haben ja aufgehört, weil Balu ja in die Chemo gegangen ist. Ja, ähm, ich habe auch den Podcast gehört, wo er auch darüber gesprochen hat und, äh, ich habe ja auch keinen Twitter mehr, ne? Weil man konnte ja auch vieles über Twitter verfolgen, wenn er mal was gepostet hat. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch natürlich nicht, wie es jetzt bei ihm aussieht. Also, das letzte, was ich gehört habe, war wohl ganz okay. Äh, ich bin mir da jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich kann mir jetzt, ich habe jetzt keine Sachen, wo ich das nachlegen kann. Oder sag, ja, der hätte das jetzt gesagt. Ähm, da ein bisschen den Porn-Podcast hören, also Podcast ohne richtigen Namen, heißt der. Ähm, da kann man, da spricht halt auch manche Sachen an. Ähm, den höre ich zum Beispiel. Ach, da müsste heute eigentlich eine neue Folge gekommen sein, wenn sie eine rausgehauen haben. Letzte Folge, die war nicht so meins, muss ich sagen. Über Gynäkologen und oder was das da war. Und ich dachte mir dann noch, ähm, wo ich die jetzt gehört habe, dass unsere Podcast, die wir jedes Woche gemacht haben, schon schräg sei, aber das war ja noch verrückt. Beschissen ist schon wieder eine Schimmo. das ist kacke. Was müssen wir in Deutschland auch haben? Stopp-Schild, und dann muss es oben blinken, weißt du? Also was willst du in Deutschland niemals finden? Solche Sachen. Naja, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Ja, ansonsten, was gibt es denn sonst so, über was wir sprechen können? Habe ich hier was für den Kanal? Hm, ich überlege gerade. Ähm, nein, habe ich glaube ich aktuell nicht. Also ich bin überlegen, ob ich reinschreibe, statt, bis jetzt haben wir das Let's Play und sowas, dass ich reinschreibe, Livestream Gameplay, weil es ist ja eigentlich ein Livestream Gameplay. Ähm, statt dass dieses Let's Play einfach Livestream Gameplay reinschreiben. Könnt ihr dir von Starts richten jetzt? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ihr was habt, haut in die Tasten, ne? Also dafür ist das da. Dafür machen wir das ja gerade. Lasst uns quatschen. Ähm, dass ich das reinschreibe, dass man zum Beispiel auch sieht, dass das ein Livestream Gameplay ist. Ähm, weil ich ja auch ein Arbeitskollege empfohlen hatte, und der sagt ja, ey, das sind ja alles Livestream Videos. Ich dachte, ja, das sind alles Livestreams. Die laden wir hoch und, also die streamen auf Twitch und laden die auf YouTube hoch, damit man das nochmal als Wiederholung sich anschauen kann, in Ruhe, oder genießen kann in dem Fall. Weil, ich sag mal, man hat ja jetzt nicht immer die Zeit, äh, sich einen Stream anzuschauen. Und da wir noch keine Glasfaserleitung haben, also keinen Anschluss in dem Fall haben, ist die Qualität natürlich nicht so schön, wie bei jemandem, der natürlich, äh, in der Glasfaserleitung hat. Und, ähm, deswegen nehmen wir das Ganze halt nochmal auf und, äh, laden das auf YouTube hoch und so hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuhören oder anzuschauen, ohne dass man dann permanente Werbung und Verbrechung hat. So, Hi Togo! Über was möchten Sie reden? So, Level 13, jetzt müssten wir drei von, nein, wir haben nichts, wir sagen nur zwei von zwölf, willst du mich verarschen? Wer muss das innerhalb, ich glaube, das muss innerhalb des Ganzen sein, ja, wir müssen halt in die Stadt rein, es muss in die Stadt rein, nicht außerhalb in die Stadt, sondern in die Stadt muss das. Leere Paletten, wie viele Meilen sind das? 200. Ich warte immer noch drauf. Ich warte ja auch noch drauf, was das Ganze kosten soll, damit ich weiß, wegen dem Router, und vor allem, wenn ich nicht weiß, wann das kommt, kann ich den Router nicht bestellen, beziehungsweise, da müsste man dann auch nochmal gucken, ob der dann immer noch aktuell ist, ob es dann Sinn macht, den Router überhaupt noch zu kaufen, oder ob es da schon eine andere Version gibt. Das ist alles wiederum Zukunftsmusik, weil ich natürlich nicht weiß, ähm, bis die Nase gerade, wann das Ganze sein wird. Also, die Telekom kann ja kommen und das Ganze anschließen, wenn aber die Freigabe noch nicht erteilt ist, dass wir es benutzen können, bringt mir das auch nicht. Ja, deswegen bringt es mir dann einfach nichts, wenn ich dann Router hier stehen habe und ich habe den, ich kann die Sachen nicht nutzen, bringt mir dann nichts. Und das macht dann wenig Sinn für mich. Klar. Ja, ich muss mal kurz aufs Handy gucken, mein Handy hat gerade geblinkt, Sekunde. Ich weiß nicht, während der Fahrt im Real Life mache ich es nicht. Das ist hier im Endeffekt nur ein Spiel, da kann man das ruhig mal machen. War immer noch zu schnell. Also jetzt muss ich eher bremsen. Also im Real Life mit dem Handy rumspielen während der Fahrt ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das solltest du überhaupt nicht machen. Also es gibt viele, also ich sehe es ja auch mal, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit bin und irgendwo stehe und manche Sachen mir dann angucke. Sehe ich dann auch genug Leute, die dann wirklich während der Fahrt dann mit dem Handy spielen. Nein, fucking erst mal bist du jetzt stehen geblieben. Okay. Ja, dafür fährt er aber rot. Ohne Witz. Ja, es gibt ja auch noch ein neues Spiel. Das nennt sich Stray, glaube ich. Das ist sowas, wo man als Katz da rumläuft. Sieht sehr interessant aus, aber ich weiß nicht, ob das was für uns ist, weil weiß ich nicht, wie groß die Spielzeit ist. Und ich würde ganz gerne... Mal kurz gucken, ist der LKW weg? Der ist weg, ja. Ich bin auf jeden Fall zwischendurch so kleinere Projekte machen, die maximal 20 Stunden dauern. Dass man mal so ein bisschen Abwechslung hat zu den normalen Projekten. Tugue, weißt du noch, wie lange du für Little Nightmares 1 gebraucht hast, so grob? Das war auch so 3-4 Stunden, glaube ich, ne? Meine ich zumindest, dass es ungefähr so circa war. Hey, süß, hab gehört, 6 Stunden. Ah, okay. Ja, bekomme ich momentan nicht da, wo ich es ganz gerne holen würde. Ich hab jetzt auch nicht mal das Team geguckt, was es kostet aktuell. Also ich hab's gesehen. Ich fand das recht cool, dass man mit so einer Katze rumlaufen konnte. Fand das eigentlich ganz cool. Aber ich hab's aktuell noch nicht geholt. Also ich würde es gerne mal holen, dass wir das auch mal spielen. Aber 6 Stunden, das geht eigentlich. Das könnte man einfach mal machen, ja. Das könnte man auf 2 Tage aufteilen oder 3. Und dann könnte man das spielen. Das wäre sogar möglich. Aber wie gesagt, aktuell hab ich es jetzt noch nicht geholt. Es ist aber auf der Wunschliste bei mir, glaube ich, in Steam. Mal nicht, sonst müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich fand's ganz cool gemacht eigentlich. Ich mag auch so kleinere Spiele ganz gerne eigentlich. So Spiele, die jetzt halt keine 50, 60 Stunden dauern. Das ist aber so ein Spiel, was jetzt relativ ist. Ich sag mal, 6 Stunden ist vollkommen okay. Wenn er da, ich sag mal, in der Spiel jetzt 20, 30 Euro kostet. Und da hast du 6 Stunden. Und das macht wirklich viel Spaß. Das Spiel, dann ist es vollkommen okay. Ja, es gibt jetzt natürlich Spiele. Ich sag jetzt einfach mal FIFA. Wir haben das nämlich jetzt über die Preise unterhalten. FIFA hat letztes Jahr 60 Euro gekostet. Mittlerweile sind sie bei 70. Ja. Und deswegen, 70 Euro sind wir dann doch schon ein bisschen viel. Aber die Spiele, es wird alles gefühlt teurer. Spiele sind teurer geworden. Alle wollen mehr Geld. Und dann Geld bleibt immer dasselbe. Ja, es kann sein Wunder, dass die Leute natürlich nach Alternativen suchen und versuchen damit Geld zu verdienen. Deine Bücher nicht, das ist auch das Einzige. Ich hab auch ein Buch vorbestellt. Das müsste jetzt auch im Oktober, glaube ich, kommen. Das ist von einer Schriftstellerin oder Autorin. Ich weiß nicht, wie man das Ganze nennt. Von der hab ich schon mal zwei Bücher bestellt. Eins hab ich durchgelesen. Fand ich ganz okay. Und dann kam das Zweite. Das hab ich angefangen. Hab's dann aber nicht mehr durchgelesen. Also ich hab's nicht mehr geschafft zu lesen. Und äh... Und ähm... Hab's mir dann auf Spotify als Herbuch angehört. Sehr gut gelesen auch. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist vorbei. Ein dritt Buch? Nein, ich hab jetzt zwei Bücher geschrieben. Also ich hab ein Buch geschrieben damals. Das hab ich verworfen. Und aktuell schreib ich auch noch eins. Aber ich hab jetzt... Ja, ich sag mal so... Mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Und wenn ich die Zeit habe, hab ich die Idee nicht, wie es weitergeht. Ja, das ist bei mir momentan so ein bisschen das Problem. Das ist auch eine sehr weirde Geschichte. Äh... Ich hab nie ein Telefonbuch benutzt, aber okay. Hey, das ist mein Handy hier. Ja gut, es ist ein Telefonbuch, wie fair. Wofür Nuss, ey. Ich hab gedacht, die man sieht, diese Telefonbücher, diese alten, dicken Bücher, die du mal bestellen konntest. Wie hat die Bücher, meinst du? Was willst du da neu berechnen? Es gibt mir diesen einen Ausweg, Kind. Du kannst da auf der anderen Seite nicht rausfahren. Ach, du bist doch doof, Navi. Ich hab auch noch viele Castlebücher hier. Die müsste ich eigentlich auch noch alle lesen. Also ein Teil hab ich gelesen von. Ich glaub bis zur... bis zur vierten Staffel. Also das vierte Buch. Und danach hab ich nicht weiter gelesen. Ob ich die Zeit aber nicht hatte. Wobei man sich jetzt so denkt, es gibt ja natürlich auch Alternativen. Es gibt ja das Kindle und sowas, ne? Was man dann auch nutzen kann. Voll ist es immer interessant. Jedes Mal bin ich hier am Eintracht-Simulator fahre. Juckt mir die Nase. Was möchte mir die Nase sagen? Dass ich das nicht spielen soll, oder was? Mensch manchmal. Also im ATS darf ich nicht mehr als fünf Meilen fahren. Also wenn ich 30 habe, darf ich nicht 35 fahren. In ATS ist es vollkommen egal. Wie lange fahren wir denn überhaupt? Acht Stunden haben wir Zeit. Fünf Stunden fahren wir. Eine Menge. Aber ich hab das gewusst hätte, dass das eine nicht zählt. Hätte ich die tun nicht angenommen. Aber ist egal. Aber noch ein bisschen was zum Fahren. Müsste nur mal gucken, ob ich immer so ein Bild finde. Bestimmt, wir müssen natürlich jetzt auch neues Samplein danach machen. Muss ich danach machen, dass ich mich irgendwo hinstelle und dann, dass wir da ein neues Bild machen. Ja, es fehlt mir natürlich wieder das Thema. Ich hab mich natürlich super noch vorbereitet. Aber eigentlich wollte ich auch nicht den Rack-Simulator spielen, sondern so immer zwischendurch fahren. Man hat, glaube ich, bis Mitte September oder so was haben wir Zeit für das Event. Also es läuft jetzt natürlich nicht weg. Ich will es aber trotzdem ganz gerne fertig machen. Warum hat der ein Spiel da oben dran? Mensch. Schlimm, da wenn man keine Themen hat. Ich bin auch müde. Ach so. Ja. Immer geradeaus. Na, moin. Ich wollte gerade sagen, wer ist das denn? Ich hab sie schriftlich genau gesehen. Das war so komisch blau. Ich geh mir so VIP, den kennst du doch. Den kennst du doch. Also bisher bleibt das morgen übrigens bei 17 Uhr. Wenn nicht dazwischen kommen soll, dann hab ich ja. Also werden wir dann den Comboi starten mit Euro Truck. Ja. Oh, könnte besser sein. Könnte besser sein. Und selbst? Was ist Geschwindigkeitsübertretung? Mach doch mal einen halben hier, Alter. 400 Dollar wegen 5. MPH. 5. Junge, chill doch mal. Was ist bei dir falsch, Alter? Haben die kein Geld mehr, oder was? Also wenn sich jetzt nichts ändert, dann bleiben wir also bis her hat sich jetzt nichts geändert. Also ich weiß jetzt auch nicht, dass die irgendwann abgesagt hat. Das sind ja nur wir beide und der Johnny. Ich weiß auch nicht, was der Pole am Morgen für eine Schicht hat. Keine Ahnung. Deswegen, das weiß ich auch nicht. Also ich plane jetzt morgen erstmal maximal zwei Stunden dafür ein. Dass wir das dann machen. Eventuell streamen wir morgen auch früher, aber ich weiß es noch nicht. Da müsste ich gucken. Weil wir haben jetzt erstmal keine Streamzeiten mehr drin. Also nicht wundern, wenn du das nicht mehr findest. Und was habe ich jetzt noch rausgenommen? Ich glaube die aktuellen Projekte, ja, die habe ich auch rausgenommen. Zeitplan steht auch nicht mehr drin, wann wir streamen. Weil halt wegen der Uni-Sachen, wegen der Frau, weil das ist immer, Zeit ändert sich jetzt immer so schnell. Und da wird das dann verschoben und deswegen fangen wir heute auch ein bisschen früher an. Wir sind aber jetzt nur bis 17 Uhr hier erstmal und um 20 Uhr, 20.15 Uhr circa machen wir dann mit 104, würde ich schon sagen, Messeffekt 2 weiter. Und dann morgen Event, also wir machen morgen 17 Uhr unser Event, was ich ja geplant habe. Eventuell fangen wir auch morgen früh an zu streamen. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich gucken, wie die Zeit morgen ist. Ich muss auch noch die Videos schneiden und sowas, ne? Jetzt auch mal eine Runde fahren. Was spielst du denn? Eurotruck, Er-Meggen-Truck-Simulator? Also ATS ist ja das neue, jawohl, hast du eigentlich den Er-Meggen-Truck-Simulator? Ja, wir fahren nämlich gerade das neue DLC. Was eigentlich relativ günstig ist mit 12 Euro. Also ich muss sagen, für den letzten Euro-Truck-Teil haben wir, glaube ich, 16,8 bezahlt. Deswegen der war, glaube ich, ein bisschen teurer. Jetzt muss ich den Drecksack auch noch reinlassen. Ja, stimmt, genau. Das habe ich nämlich auch vergessen. Es gibt ja demnächst noch eine neue Playlist und zwar den Multiplayer auf YouTube. Wir machen jetzt mit dem Ice Dragon und mit dem Johnny, der natürlich jetzt nicht da ist. Ah, neues Mikro, neuen Stuhl. Das ist super, das freut mich. Das ist ja top. Dann machen wir nämlich morgen nämlich so ein Events und je nachdem, wie das Event natürlich dann ankommen wird auf Twitch und YouTube, werden wir sowas vielleicht auch öfters machen. Also Samstags wird dann der komplette Koop-Tag, der nächsten eventuell. Was hast du denn für einen Stuhl geholt und was für ein Mikro? Hast du dir nur ein neues Mikro geholt und ein komplett neues Headset? Petra, bist du übrigens noch da? Ich habe mal eine Frage. Wenn du noch da bist. Ansonsten muss ich dich nachher mal anschreiben. Der Kind geblieben, kennst du den? War der von dir gestern? Der gestern geradet und gehostet und gefollowt hat, kennst du den? Ah, okay. Ja, wie gesagt, es wird, es stimmt, die haben die nicht momentan so ein Sale eigentlich? Wegen DLCs und so. Es ist ja jetzt das neue DLC, was wir gerade rausfahren gekommen. Dann sind die eigentlich relativ günstig, ne? Da würde ich nämlich gerade zuschlagen, fällt mir gerade so ein. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, am besten den DLCs holen, wenn die im Angebot sind, weil du wolltest ja sparen für einen neuen PC, ne? Ihr habt dich ja empfohlen, kenne dich aus dem E-Life. Achso, ja dann, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das support man in letzter Zeit von euch ist ja überragend. Aber ich habe ihn gestern auch, bin gestern auch gefolgt bei ihm. Also wer wäre schon raided, hostet, mir ein Follow da lässt, dann kann ich das auch gerne mal machen. Aber es wird ja so langsam mit unserem Kanal. Wobei ich danke nur, jemand, der groß genug ist, dass der Partner ist, dass wir das dann mit der Gruppe machen können. Da würde ich nämlich ja zum Beispiel auch mit reinpacken, wenn er denn nicht streamen würde. Aber wie gesagt, wenn das soweit ist, dann werden wir so nochmal besprechen. Das sieht auch cool aus hier mit den Sachen, hier steht da was dran. Okay. Das ist sehr interessant wieder hier. Das ist aber auch ein cooler Name, ne? Kind geblieben, ist schon ein cooler Name. Ah, nice. Er ist jetzt auch noch nicht allzu hoch, habe ich gesehen, ne? Aber ich habe mir ein Video gestern noch bei ihm angeguckt und machte einen Eindruck und ich habe mir gedacht, okay, folgst du dem mal, dann kannst du den auch mal raiden und hosten. Weil, gestern war relativ viel los, aber es war keiner von uns da. wo ich die Leute dann rüber schicken würde und jetzt zu irgendwelchen Leuten, denen ich jetzt folge, die sie ja wesentlich größer sind, also das sind ja alles große Namen, dann Raids zu machen mit diesen Leuten, das ist mir dann zu peinlich oder auch zu doof. Also da unterstütze ich lieber unsere Leute. Außer, es sagt jetzt jemand, ich habe da jemanden, den gucke ich auch, der ist relativ klein. Den unterstütze ich dann auch. Schon wieder Wegestation? Wir waren doch erst. Junge, was ist los mit dir? Gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier falsch? Wir sind auf der Rüppe, dahinter schon hierhin gefahren und wurden gewogen. Jetzt müssen wir schon wieder. 20 Tonnen. Mikro ist jetzt ein Standbrinko und braucht kein Headset mehr. Ah, so. Was ich dir empfehlen würde, ist ein Arm fürs Mikrofon. Dann kannst du das ein bisschen besser platzieren beim Reden. Weißt du was, ich schmier mich mal oder schmier mich mal. Ich fahre einfach mal hier auf die Spur. Versuche hier mal rüber zu kommen. Den hast du auch. Ah, okay. Weil ich habe mir ein Mikro geholt, da ist direkt so ein langer Arm mit bei. Ich wollte gerade sagen, warum postest du nicht einfach den Link und dann kommt so Spotify ein. Ah, Spotify, ja, Stream Elements. Die kennen die Leute schon Elements. Das sind alles Leute, die sind schon dabei. Ah, du schubst, was? Du schubst es nicht um und kannst es besser einstellen. Ja, genau. Also, es ist, also, Nadja hat ja auch ein, die hat ja mein altes, allererstes Headset, ach, Headset, Mikrofon, das Blue Snowball, was der Togo auch noch nutzt. Bei mir war irgendwann die Qualität zu schlecht, obwohl die eigentlich ganz okay ist und hatte in der Zeit so viele Mikrofone, bis ich das jetzt habe und das ist eigentlich recht super und das gefällt mir auch relativ gut und ich brauche halt einen Arm und wenn du es einfach nur vor dir hinstellst, du machst irgendwas, bumm, zieht dich das Mikrofon auf den Boden, ne? Ja, kenne ich, große Raiden mit zwei oder drei Leuten ist komisch. Habe ich auch schon mal gemacht und tatsächlich ein 60 Raid zurückbekommen. Rechts sind die ist. 60 hat Raid zurückbekommen. Alter. Das ist krass. Also, unsere höchste Zuschauerzahl lag bei, ich glaube, 14 Leuten, die wir auf dem Kanal bisher hatten. 14 Leute. Dass die natürlich nicht hierbleiben bei der Qualität, die wir haben in dem Stream, ist klar. Das ist mir bewusst. Wir hatten gestern, dank Kind geblieben, hatten wir dann gestern noch neun Leute maximal da und die waren auch relativ viele, hatten wir gestern im Durchschnitt sieben Zuschauer, wo ich mir denke, wow, da werde ich doch noch mal so ein bisschen nervös, so, wow, scheiße, sieben Leute, Alter. Puh, was machst du jetzt? Aber man gewöhnt sich nachher dran. Also, das erste Mal, wo ich gesehen habe, wo ich das auch noch anhatte mit den Zuschauerzahlen und, 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 da bin ich wirklich nervös geworden. Aber es ist eigentlich nichts Schlimmes. Du machst halt dein Content einfach. Es ist, ja. Ja, war bei mir auch. Ah, okay. Also, wenn wir mal aufhören sollten zu streamen und ihr habt da jemanden, den ihr kennt oder länger guckt und sagt immer, den kannst du, den, 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 äh, rate den mal oder hostet den mal, dann können wir das gerne machen. Also, wir unterstützen ja auch andere Leute, auch die wir nicht in, oder nicht in unserer Community hier sind, so wie ihr beiden jetzt zum Beispiel. Ähm. Also, ihr seid ja bei uns in der Community. Ja, das will ich damit sagen. Und, ähm, das kann man natürlich auch machen. Ja, also, so ist es nicht. Wir haben ja so ein paar, die wir ja auch unterstützen. Zum Beispiel Norgard. Den kennt ihr ja auch schon. Ähm. Solche Leute halt. Also, wenn ihr jetzt Leute habt, der ist jetzt ein bisschen kleiner oder sagt, der streamt halt auch regelmäßig und der ist jetzt nicht allzu groß, dann kann man das auch gerne mal machen. Ich weiß auch, ich hab halt Leute, wenn ich da raiden würde, ähm, der eine, der spielt halt regelmäßig WoW, der andere, ähm, ich weiß nicht, wen hätten wir da noch? Also, beide spielen WoW, also, den Craft hätte ich, den, den, Doktorio, äh, den Doktor Proof, den ich schon sehr lange gucke, aber der war halt nicht da. Ähm, das wären so drei Leute, die ich raiden würde, äh, wenn jetzt keiner von uns da ist. Aber wie gesagt, das sind alles große Streamer. Wenn ich da ankomme mit einem Sieben-Mann-Raid, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so, hm, da kann man lieber, glaube ich, kleine unterstützen, kleine Leute, die jetzt noch nicht allzu lange auf Twitch sind und, äh, da versuchen ihr, ihr Potenzial auszuschöpfen oder sowas oder versuchen, ein Video zu bekommen, Follower recht wenig haben. Sowas würde ich eher schon unterstützen als große Leute. Willst du mich verarschen, Alter, schon wieder? What the fuck, Alter? Äh, ja, genau, ich schicke mir mal ein Foto im Discord. Ich muss schon wieder zum Wege-Stationen. Sag mal, will der mich verarschen, oder was? Was soll das? Das ist das dritte Mal, jetzt. Boah, willst du doch verarscht hier einfach? Ist da, habe ich gerade gesehen. ich gucke gleich rein. Kann ich nämlich über Sandy eben machen. Wobei ich auch nicht immer die Sachen aus dem Handy bekommen, ne? Ach so, sie hat mir ihre Bücher geschickt. Da, der mich ja. Ich kann das leider nicht größer machen, das Bild. doch, warte. Ja, so ein hatte ich ja auch mal so einen ähnlichen. Da ist ja das Problem gewesen, dass die Lehnen kaputt gegangen sind. Ich habe den glaube ich noch hier stehen, was meint. Ja, ich habe, ich habe so einen ähnlichen, aber ich habe andere Lehnen als dumm. ich sehe auch dein Mikrofon gerade. das habe ich auch gerade gesehen. so, und in dem Moment knackt das und ist die Schraube kaputt gewesen. deswegen die Dinger, also da bin ich vorsichtig. Ich höre mir auch keine mehr von denen. Und ich habe mal bei einem gefragt, der halt auch so einen Gaming-Stuhl hatte auch so ein richtig, der sah auch sehr bequem aus und sehr angenehm. Und er sagte, ja, wenn du natürlich einen guten Stuhl haben willst, auch nichts, wo Gaming drin steht. Den Stuhl, den er hat, hat er gesponsert bekommen. Und der kostet im Normalfall 300 bis 600 Euro. Das ist aber auch so ein Stuhl, wo der Rücken halt, ähm, ja, ich sag mal so geschont wird, ne, und solche Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Stuhl, wo ich mich einfach nach hinten lehnen kann. Und, ähm, dann ist das ein bisschen angenehmer für den Rücken. Aber wenn ich gerade sitze, dann ist der Stuhl einfach zu weit weg. Deswegen, Stühle sind bei mir immer schon ein Problem gewesen. Vernünftige, äh, Stühle zum Sitzen. Und den haben wir jetzt, glaube ich, ein Jahr oder sowas habe ich den jetzt hier. Und den anderen, den, den habe ich geholt, der ein halbes Jahr gehalten hat. Oder nicht mal ein halbes Jahr, da war der kaputt. War auch sehr enttäuschend, weil der auch relativ teuer war. 120 Euro haben wir dafür bezahlt. Und das war schon sehr enttäuschend, dass ich für 120 Euro einen Stuhl kaufe und der nicht mal ein halbes Jahr hält. Oder nicht mal ein paar Jahre hält, sagen wir mal so. Ja, das ist schon, da bin ich, was Stühle betrifft, da bin ich immer sehr vorsichtig. Das ist genauso mit Mikrofons auch. Da hatte ich eins, wo ich damals noch YouTube und Twitch gemacht habe mit meinem ersten Kanal. Ja, also, der ist auch nicht schlecht so. Also, bequem sind die wirklich, auch mit der Nackenstütze hinten. Das ist wirklich bequem. Das ist auch wirklich sehr super. Aber wie gesagt, meiner war halt ein totaler Fehlkauf. Du kannst halt Glück haben und die halten, die sind super und du kannst halt auch Pech haben und die taugen einfach nichts. Das hatte ich mit dem Mikrofon nämlich auch. Das war super. Das habe ich 100 Euro für bezahlt. Zwei Tage später was im Agro wurde für 50 und ich denke mir so, danke für gar nichts. Hat eine Woche gedauert, bis es da war, weil es aus England kam. Hat ein halbes Jahr gehalten und dann fing es an zu knacken, wenn ich gesprochen habe. Da ist immer so knackknackt, dann war der Turm plötzlich für 10, 20 Sekunden weg in der Aufnahme und ich denke mir so, toll. Und das habe ich nachher weggeschmissen. Wir haben es nochmal ausprobiert bei Nadja am PC und bei ihr war das sogar noch schlimmer und dann haben wir das weggeschmissen. Ich sehe gerade, ich muss mal so langsam tanken und das war es halt mit dem Mikrofon für 100 Euro. Dann habe ich ja wieder angefangen mit dem Headset. Ich habe ja dieses Logitech-Headset, weil bei mir immer die Kopfhörer kaputt gegangen sind. Da habe ich gesagt, nee, komm, ich kaufe jetzt keine Kopfhörer mehr. Ich kaufe jetzt ein Headset. Da brauchst du nicht mal das Mikrofon benutzen. Ich habe ja damals auch nicht weitergemacht. Und als ich wieder angefangen habe, nach ein paar Monaten, habe ich gesagt, nee, komm, du brauchst ein vernünftiges Mikrofon. Das ist, was ich jetzt habe. Das ist super. Der Klang ist gut. Du musst es nur so positionieren, dass du auch wirklich hörbar bist. Und ich musste ja auch noch einiges einstellen. Wegen Luft holen. Wenn ich will, Quatsche, so wie jetzt. Dann hört man immer das mit Luft holen. Und das habe ich damals nicht rausgeschnitten. Also konnte ich es nicht rausschneiden. Und mittlerweile könnte ich es rausschneiden. Mit dem Audiospur, weil ich mittlerweile drei Stück drin habe. Also bin auch erst mal spielen. Bin aber, was, 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 was? Ich muss erst mal nochmal gucken. So, warte. Bin auch mal spielen. Bin aber noch da, aber kann nicht mehr schreiben. Ja, ist doch nicht schlimm. Nimmst du das Handy zum Schreiben? Kannst du ja dann auch machen. Nein, zockst du erst mal eine Runde. Welches Level hast du denn jetzt im Euro Truck Simulator? Weil ich bin jetzt nicht allzu weit. Da bin ich glaube ich sechs oder sieben bin ich gerade mal mit dem. 19 gerade. Wow, da bist du ziemlich weiß. Also mit dem sind wir auch gerade, glaube ich, ich will 13. Und hatte Karriereentwicklung. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Fähigkeiten. Das ist das, wie wir jetzt geskillt haben. Fernfahren habe ich jetzt zwei drin. Dass wir die Minimum 250 Mal drin haben. Also 400 können wir Minimum machen momentan. und das ist nur Vergütung, das ist uninteressant. Ich würde da nämlich dann nach die beiden skillen. Wirtschaftlich jetzt fahren habe ich nur reingemacht, weil der damals so viel Sprit gefressen hat. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Aber ich sehe auch gerade gar nicht, wie weit ich noch mit meinem Sprit komme. Fällt mir gerade so auf. Warte mal, kann ich das irgendwo gucken? Wo ist das denn hier? Ne, ich sehe es nicht. Den durchschnittlichen Verbrauch. 6,6 haben wir derzeit an durchschnittlichen Verbrauch. Das ist die Temperatur. Das ist mit der Bremse. Ist übrigens okay. Ist das so gut? Aber ich sehe nicht den Durchschnitt, den ich noch fahren kann. An Sprit. Also an Meilen, den ich noch fahren könnte. Wir haben ja schon 5.617 Meilen mit dem LKW gefahren und 118 Stunden. Ja, wie gesagt, ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich spiele den. Ich spiele beide. Ich spiele den American-Taximulator gerade, weil wir das Event haben und das DLC da ist. Ansonsten würde ich den jetzt auch nicht spielen. Wenn es eventiert ist, also wenn es DLC nicht gekommen ist. dann würde ich jetzt zwischendurch mal eine Runde Eurotax spielen. Um da halt so ein bisschen ein paar Level zu machen und dann was anderes tocken in der Zeit. Wie gesagt, wir sind auch nur bis 17 Uhr heute hier erstmal. und um 20 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, 30 sind wir dann wieder da mit Messeffekt. Aber ich müsste mal gucken, es gibt ja auch den neuen Mech schon und da muss ich mal gucken, welches Level man haben muss. dass man sich den mal anschauen kann. Aber ich will erst die Tour zu Ende fahren, damit wir dann mal gucken können. Mal gucken, wie der so ist. Vor allem von den Spielen, wobei ich sagen muss, dass der Freeliner eigentlich echt schön ist. Also, wie gefällt der eigentlich? Er hat jetzt 500 PS. Mit welchen LKW fährst du denn? Hi Johnny! Guck mal, ich habe vorhin noch von ihm gesprochen. Mal optimal, ne? Ja, da habe ich zu spät gebremst. Wegen morgen, wegen dem Event, was wir doch geplant haben, wegen dem Konvoi. Wegen dem Multiplayer. Ich habe gesagt, dass wir erst mal bei 17 Uhr bleiben, dass jetzt noch keiner abgesagt hat. Und wenn ihr jetzt nicht dazwischenkommt, werden wir es morgen auch machen um 17 Uhr. Eurotrack dann machen. Wir werden uns dann im Discord treffen und dann werden wir dann schauen, wie wir das dann handhaben. Wegen dem Pfad und sowas, weil ich nicht weiß, welches Level ihr jetzt habt. Also, der Micha ist Level 19 und ich bin jetzt glaube ich 5 oder 6. Ich müsste dann nachher mal nachgucken. Und je nachdem, wie das dann ankommt auf YouTube und auch auf Twitch könnte man sowas öfters machen. Quasi Koop. Aber das werde ich dann erst entscheiden, wenn ich die Sachen dann einmal gesehen habe mit dem Via-Zahlen und sowas. Und auch Info für dich, wir haben erstmal keine festen Stream-Zeiten mehr auf Twitch. Und im Zeitplan findest du auch keinen der geplanten Streams erstmal mehr. weil wir aus zeitlichen Gründen, weil die Feuer ihre Uni macht, ihr Studio macht, uns dann so ein bisschen spontaner entscheiden müssen, weil die jetzt die Zeit immer zwischendurch ändern. Warte, jetzt bin ich über Level 80, also so weit habe ich nie gespielt. Das höchste, was ich mal hatte, war 36 und dann habe ich aufgehört, weil mein Selfgame kaputt gegangen ist. Da muss ich aber schon sehr viele Spielstunden haben. Muss ich jetzt nicht abbiegen? Über Level 100, da muss aber sehr viele Spielstunden schon drin haben. Weil das macht man nicht mal eben in ein paar Stunden. Also Level 100, das dauert schon eine ganze Weile. Wenn du halt Fernfahrten komplett voll machst, dann bekommst du sehr viele Erfahrungspunkte. Aber selbst da dauert eine Tour schon Ewigkeiten. Das längste, was ich mal gefahren bin, sind dreieinhalb Stunden. 1.000 Stunden. Ja, dann ist das kein Wunder. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Müsste gleich mal gucken, was wir haben. Kann ich dir gleich sagen, lass mich schauen. Wir haben aktuell im ATS 300. Ich finde Euro Truck gerade gar nicht. Euro Truck haben wir 800. Also fast 890 Spielstunden. Wobei ich dazu auch sagen muss, den habe ich auch früher sehr häufig gespielt, weil es ja doch die ProMods gibt. Da habe ich dann sehr häufig gespielt, aber für die habe ich momentan nicht die Zeit. Also ich würde sehr gerne wieder Euro Truck spielen mit ProMods, weil das ist wirklich geil. ProMods und Euro Truck, das ist wirklich super. Ja. Aber man kann schon sehr viel Zeit drin versenken, so ist es nicht. Das ist aber auch ein geiles Spiel. Auch wenn viele sagen, ja, du machst nichts anderes außer Turen von A nach B fahren. Ja, das stimmt schon. Du fährst eine Tour von A nach B. Aber du kannst es mit einem LKW machen. Du kannst entscheiden, welche Turen du fährst und du kannst entscheiden, wie du fährst. Lass uns immer mal so ein bisschen die Luft raus ist. Ups. Ups. Na, du bist scheiße, sag doch, dass ich rechts rein muss. Schnauze da hinten. Oh klar, wir können auch nur quatschen. Oder was meinst du? Also quatschen können wir immer. Wir können auch morgen ganz normal quatschen. Außer das ist natürlich etwas, wo du sagst, das möchte ich dann nicht unbedingt öffentlich erzählen. Dann kann man das auch mal so privat machen. Weil wir werden das Ganze morgen dann aufnehmen und dann auch auf YouTube hochladen, damit man sich das dann auch nochmal angucken kann. Jetzt bin ich natürlich falsch gefahren. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ist das ein Doppelanhänger? Normaler Anhänger. Gucken wir mal. Ich bin so rum. Ach, scheiße, bin ich denn doof. Ich hätte den einfach reinfahren brauchen. Ja, wie man es macht, man macht es falsch. Das war jetzt fett gefällt. Aber eben drehen hier. RKW bitte wenden. Blödes Navi, ey. Der hat früher sagen können, dass ich da rein soll. Warte, ich guck sofort. Was? Wenn irgendwas wichtiges ist, kannst du mir auch auf den Discord schreiben. Wenn ich dann aufs Handy kriege, dann kann ich dir auch dann direkt antworten. Aber das Problem ist, ich kriege es halt nicht immer aufs Handy. Wollte ich den jetzt. LKW-Händler. Gib dir den neuen Mac. Da habe ich ja gerade noch vor gesprochen. L17 brauchen wir. Verdammt. Wollte mir den mal anschauen. Das ist nämlich ein anderer. Das ist ein komplett anderer LKW. Ansonsten haben wir alle LKWs bisher. Aber drückt den nächsten. Einen können wir noch. Wenn er nicht allzu weit weg ist. Nein, wir müssen innerhalb der Strecke bleiben. Aber das ist ein bisschen weit. 10 Stunden ist ein bisschen viel. Wir müssen mindestens 100 Meilen haben. Und 70, 117. War ich aber schon. Ich würde ganz gerne dahin, wo ich noch nicht war. 150, das ist auch außerhalb. 147. Ich weiß nämlich nicht, ob das innerhalb dieser ob wir auch die Orte fahren dürfen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich habe mir gerade die Flasche außerhand. Das haben wir auch schon. Das geht mir gerade auf den Sack. 27.000. Das wäre schon etwas, was mich reizend würde zu fahren. Weil es sehr viel Geld gibt. Einfach. 34.000 Erntemaschine. Ich muss mal kurz gucken. Müssen die innerhalb der... auf Deutsch übersetzen. Mein Englisch ist nicht so gut. Ah, warte. Also wir sollen innerhalb von... von Montaner raus oder zu Montaner hin die Touren fahren. Es muss mindestens 161 Meilen sein. Ich bin halt überlegen, nehme ich den mit, dass es würde 30.000 bringen. Es ist aber natürlich auch das Problem, dass das ein... schwergut ist. Obwohl wir fisch... Obwohl wir könnten eigentlich mal unseren neuen LKW testen. Sondern gut ist es egal, aber schwergut haben wir fast auf Maximum. Komm, machen wir es einfach mal. Fahrt vorsichtig. Ja, mache ich es. Ich habe immer kurz von E-Mails nachgucken, ob ich schon was gehört habe. Wo habe ich es denn? Das kann ich wegmachen. So. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das ist Das, was ich gesagt habe, mit dem Partnerprogramm wurde abgelehnt Okay, das ist Das, was ich gesagt habe, mit dem Partnerprogramm wurde abgelehnt Schade, gut Dann nicht Wenn ich will, der hat schon Also man kann selbst, wenn du die X weg machst, man kann nicht durchfahren, weil das dann immer noch die X ist Wenn da passiert dann auch nichts, wir brettern mal schnell zum nächsten Auftrag Weil wir haben ja noch eine Stunde Bist du mich verarschen, Navi, ich muss links abbiegen Das Navi verarscht mich schon wieder Ich sehe gerade, ich muss noch tanken Ja, ich weiß, ich fahre zu schnell Das fahre ich gerade mit Absicht Aber warte mal, bevor ich jetzt hier weiterfahre, habe ich hier eine Tankstelle in der Nähe? Dann machen wir erst tanken und dann hole ich den Auftrag Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Anhänger auf die Tanke komme Und dann rechts abbiegen Nee, da nicht rechts abbiegen Scheiß Cops Lass mich doch einfach tanken fahren Und den LKW eben reparieren Und dann wirst du wieder ordentlich fahren Ist das nicht hier? Nein, du brauchst keine neue Route finden Du musst nicht die Tanker für uns Ach, die ist hier hinten Laufen muss ich nämlich auch noch, sehe ich gerade So, dann eben noch unseren LKW reparieren Und dann können wir Lass uns loslegen Neue Route finden Ich bin doch schon dabei Ich weiß hier gerade, wie haben die Cops hinter uns Ja, da müssen wir so ein bisschen vorsichtiger fahren Ich habe jetzt auch Bock drauf Ich bin doch noch im Urlaub Ich bin doch noch im Urlaub Bitte rechts halten Wiege nach links ab Wir sind fertig Los 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 aber schauen wir uns noch innerhalb von einer stunde schaffen als dann dass man ob es bild gerade wissen springt machen wir an das sekunde bin gleich wieder da muss man den stream neu starten jetzt um die leuchten ja habe ich wollen das ist auch ein monster das ist auch ein monster von dingen rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus wir sind schon wieder da ob es war gesagt gar nicht wenn man die aufnahme auf pause drückt weil das jeder ein bisschen steil das mag überhaupt nicht irgendwo hin mit hier warum fährst du denn jetzt kai manchmal jetzt ist doch schon längst fahren können nein stattdessen musst du noch so weit fahren dass mich doch fast ausbremst meine güte weil das wäre das ist ein spiel das ist schon richtig aber es gibt leute im real life die machen das haar genauso wir sind ein lkw ich bleibe erst mal stehen oder lkw kommt ja gleich jetzt versuche ich noch rauszufahren und bremst den kompletten lkw aus ja schlimm so was aber werden so glaube ich in die rekord werden so jeden gefahren aber ich glaube nicht dass wir mit den mit dem auflieger hier auf das dingen gekommen werden ich möchte gar nicht bringen am kreisverkehr erste auswahrt nehmen diese auswahrt ja ich wollte ich doch gar nicht wollte hier links erhöhen hier im format gespannt ob das jetzt funktioniert mit unserem 500 ps motor und dem neuen getriebe ist alles jetzt auf schwer transport ausgelegt bei dem lkw aber wie viel geld gibt das nachher 30.000 das ist eine menge könnte man eventuell sogar noch mal den den sagt noch mal das gebäude ausbauen wo die lkw drinnen sind aber wir gucken mal biete mit 35 aber nur wenn er darüber fährt da würde ich mit dem jetzt auch keine sich fahren mit dem anhänger haben mit dem aufleger das würde ich bei dem jetzt auch nicht machen ich war glaube ich gleich die folge schon mal fertig und dann lade ich die morgen hoch oder über morgen ich muss mal gucken lange der braucht zum rennen nachher so Also wir können auch nicht schneller als 65 fahren, weil es halt ein World of Trucks Auftrag ist. Das heißt, die Geschwindigkeit ist begrenzt und 65 ist das Maximum, was wir fahren können. Eurotruck ist es dann maximal 90 kmh. Ich habe extra vorher noch die Flaggen weggemacht und den Text vorne, das Banner, was vorne auf dem LKW war, weil ich dachte, ja, du fährst ja keinen Schwertransport mehr und BÄM! Da hast du erstmal direkt wieder Schwertransport hier an der Hacken. Also selbst wenn wir es schaffen sollten, nicht bis 17 Uhr die Tour fertig zu machen, wir werden die Tour noch fertig fahren. Ich werde dann allerdings das Mikrofon ausschalten, den Stream werde ich weiter laufen lassen und dann, wenn wir fertig sind, werde ich das ausmachen. Wir sind dann, wie gesagt, nachher um 20.30 Uhr, denke ich mal, spätestens wieder da zu Mass Effect 2 und da werden wir dann gucken, wie weit wir dann heute kommen. Das Liara DLC, also nicht Liara DLC, sondern die Geschichte mit ihr geht dann heute weiter in dem DLC. Ich fahre mal hier rüber, damit der Kollege da draufkommt. Er ist einfach eiskalt rübergefahren, ne? Er guckt auch nicht, der blinkt nicht, der fährt einfach. Dann können wir das nämlich nachher so ein bisschen voranbringen. Ich glaube, da werden wir auch ein paar Stunden dran sitzen. Bestimmt, nächste Woche habe ich ja Spätschicht, da muss ich mal gucken, was wir machen. Freitag? Weitag? 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 Aber ich gehe davon aus, weil wir haben kein Material. Wir arbeiten momentan auf Sparflamme. Der größte Teil ist im Urlaub momentan. Mal wieder. Weitag? 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 Das ist Chaos mit dem Internet. Mach ich mal drei Kroze, wenn wir die Glasfaserleitung haben. Kann man ja zumindest vernünftig streamen. Ach, verdammt, das ist noch ein Fragezeichen. Das hätten wir... Obwohl, wir wären gar nicht dran gekommen, das Fragezeichen. Falsche Strecke, glaube ich. Ach nee, warte mal. Ist ein Rastplatz, ne? Ach, verdammt, das wäre so ein Dingens gewesen. Ähm, Aussichtspunkt. Ja, ist egal. Ich... Ist, denke ich mal, nicht die letzte Tour, die wir hierherfahren werden. Können wir bestimmt immer mal mitnehmen. Okay. Janis ist das für euch. Är Appetieren... ana? ja jetzt noch sechs stunden was macht das jetzt für den sinn darüber zu fahren doch für linken spur alles frei hast okay ich habe nichts gesagt es ist aber gerade extrem schlimm das ist ja zum kotzen gerade was ist denn los mit dir das gibt es doch gar nicht leck mich gibt es doch nicht jetzt können wir fahren jetzt nachdem wir von dreimal angehalten worden sind ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. ja es geht bergauf man merkt das es ist ja gerade zu kämpfen hat trotz seiner 500 ps das ding wichtig auch ein bisschen was wie viel samt wie ziehen wir denn 45 tonnen das ist schon eine menge dann was ist nicht gerade wenig wir natürlich bergauf ziehen das ist eine menge ja jetzt geht es natürlich bergab die musik doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020